Nichts mit Menschenrechten und Demokratie oder Gewerkschaften, das alles muss ich jetzt machen. Aber am heute, dem 200. Geburtstag von Friedrich Engels, ist die Internationale von Pierre Degidier doch allemal die richtige Schleswig-Holstein. Für morgen, wir haben uns ein Ablager. 6 Bildern Jahrhunderte Jahrhunderte ㅠㅠ und Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen, vielerorts ist es sonnig, teils hält sich aber auch noch zäher Nebel, im Münsterland und in Ostfalen-Lippe kann es teilweise auch den ganzen Tag bleiben.